Eins, zwei, drei, vier, fünf Zahlenblocks. Eins, zwei, drei, vier, fünf Zahlenblocks. Eins und noch eine sind zwei und noch eine ist ich, die drei. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Zeit für etwas Zahlenspaß. Du kannst auf uns zählen, wir sind die Zahlenblocks. Zahlenblocks. Schaut euch die Wolken an. Sie sind so nah, als könnte man sie berühren. Eins, zwei, drei. Drei quadratische Wolken. Und die da? Wir sollten, wir sollten die loswerden. Eins, zwei, drei. Die größte ist die drei. Drei plus eins ergibt vier. Ich bin die vier. Ich bin einer mehr. Eins, zwei, drei, vier. Vier Wolken. Hallo Freund. Folge mir. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Ciao. Noch eine vier. Hallo vier. Lass uns Freunde finden. Vier. Minus eins ergibt drei. So geht das nicht. Ich bin die drei. Ich will die größte sein. Hm. Ich kann kleiner sein. Das ist viel besser. Oh ja. Ich bin quadratisch. Was soll denn so besonders dran sein? Ich bin so froh, dass du fragst. Bin die vier. Bin bei euch jetzt hier. Bin eins mehr als drei. Zwei mehr als zwei. Drei plus eins. Das bin ich. Bin die vier. Eins, zwei, drei, vier. Der Tee ist, der hat vier Beine. Eins, zwei, drei, vier. Ohne Beine sitzt du da bald alleine. Eins, zwei, drei, vier. Vier Räder am peinem Kettkar. Ohne vier Räder kann dein Kettkar nicht fahren. Du musst dann am Start verharren. Bin die vier. Bin bei euch jetzt hier. Bin eins mehr als drei. Fühl mich so frei. Drei plus eins. Das bin ich. Bin die vier. Ich kann schmal und groß sein. Oder klein und lang sein. Ich kann so aussehen. Wie der Buchstabe L. Doch die allerbeste Form hat Stärke ganz enorm. Welche Form ist das? Könnt ihr's erraten? Lieb's quadratisch zu sein. Quadraten gibt's überall, das ist fein. Überall, wo's ein Quadrat gibt, da wirst du mich finden. Quadrat geht auf Quadratbrot, quadratische Decke auf Quadratbett. Quadrat ist überall, da kannst du sicher sein. Dauern, wo's ein Quadrat gibt, ist die vier. Eins, zwei, drei, vier. Vier Seiten. Eins, zwei, drei, vier. Vier Ecken. Ein Quadrat ist in Form für mich. Es hat vier Ecken und vier Seiten, könnt ihr's sehen. Wenn vier Blöcke, ein großem Block bin, bin ich fest wie ein Felsen. Lieb's quadratisch zu sein. Quadrat gibt's überall, das ist fein. Überall, wo's ein Quadrat gibt, da wirst du mich finden. Quadratfenster, quadratische Tür, Quadratfliesen auf quadratischem Boden. Quadratsonne, quadratische Wolken, Quadratblumen und quadratische Tür, Quadratlöcher für quadratische Klötzchen, Quadratkina und quadratische Eier. Quadratisch überall, da kannst du sicher sein. Da, wo's ein Quadrat gibt, ist die vier. Bin die vier. Bin bei euch jetzt hier. Bin eins mehr als drei, zwei mehr als zwei. Drei plus eins, das bin ich. Bin die vier. Hallo, vier. Hallo, acht. Du glaubst es nicht. Was? Ich bin ein Quadrat. Ich weiß. Ich bin das einzige Quadrat auf der Welt. Ja, ich weiß. Ich bin das einzige Quadrat auf der Welt. Keine Angst, sag ich dir. Oktoblock ist hier. Oktoblock neu anordnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neu anordnen. Wie ist das? Ähm, du bist ein Quadrat mit einem... Mit einem Loch? Das zählt nicht wirklich. Oh, das tut mir leid, vier. Loch, ich. Hm? Ich, ein Loch. Schaut. Hm, acht plus eins ergibt neun. Ich bin die neun. Da könnt ihr euch freuen. Quadrat. Hallo. Großes Quadrat. Oh. Zwei große Quadrate. Hat jemand ein Taschentuch? Meine Nase kitzelt ein bisschen. Nein. Minus eins. Ergibt acht. Ein Quadrat. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Vier Seiten. Wie ich. Eins, zwei, drei, vier. Vier Ecken. Wie ich. Ja, ich bin ein Quadrat. Wie du. Warum hast du dann eine neun oben, Dummerchen? Ich zeig's dir. Eins, zwei, drei. Drei Blöcke in der ersten Reihe. Eins, zwei, drei. Drei Blöcke in der zweiten. Eins, zwei, drei. Drei Blöcke in der dritten Reihe. Drei Reihen mit drei. So kombiniert. Drei Reihen zusammen. Ergebe neun schon kapiert. Drei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Oh, Nase kitzelt. Ah, mir geht's gut. Oh, Nase kitzelt. Hey. Oh. Eins, zwei, drei. Drei Blöcke in einer Reihe. Eins, zwei, drei. Drei Blöcke von oben nach unten. Eins, zwei, drei. Drei Blöcke, wenn du sie hast. Drei Säulen. A drei. Drei in einer Reihe. Wie du sehen kannst. Drei Säulen. A drei ergeben neun. Das stimmt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich hab drei Blöcke von oben nach unten und drei von Seite zu Seite. Ich bin in beiden Richtungen gleich groß. Ich bin so groß, wie ich breit bin. Bin so quadratisch wie du. Ich bin dreimal drei, zweimal zwei bist du. Bin zweimal zwei, dreimal drei bist du. Bin ein Quadrat, so wie du. Wir scheinen sehr verschieden zu sein. Doch jetzt versteh ich, quadratisch sind vier. Das ist fein. Ich hab zwei Blöcke von oben nach unten. Und zwei von Seite zu Seite. Bin in beiden Richtungen gleich groß. Ich bin so groß, wie ich breit bin. Bin so quadratisch wie du. Ich bin dreimal drei, ich bin zweimal zwei, bin ein Quadrat. Bin ein Quadrat wie du. Ich bin dreimal drei, zweimal zwei bist du. Bin zweimal zwei, dreimal drei bist du. Bist ein Quadrat. Bist ein Quadrat. Bist ein Quadrat. Wie ich. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Quadrate. Ich kann es kaum erwarten, mein neues Spiel zu spielen. Es heißt Party in einer Schachtel. Zuerst wird gewürfelt. Und los. Sechs. Wenn du eine Sechs würfelst, spring auf die Schultern deines Freundes. Zehn plus sechs ist gleich sechzehn. Oh seht, da bin ich also. Das ist doch schön, oder? Gut, dann wollen wir mal sehen, welche Formel ich machen kann. Ja. Oh. Ähm. Aha. Oh, oh, nein, das gibt's nicht. Ich kann's nicht glauben. Ich bin so aufgeregt. Wisst ihr was? Ich bin die Sechzehn. Und ich bin ein Quadrat. Juhu. Also was machen, Quadrate? Ich wette etwas wirklich Tolles. Wartet. Nein, lasst mich raten. Ich weiß. Quadratparty. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Ich bin die Sechzehn, quadratisch wie eine Box. Und schaut mal, ich hab sechzehn Blocks. Quadrat. Ein richtig großes Quadrat. Sechzehn. Zehn und sechs. Ich mag das Spiel. Sechzehn. Zehn und sechs. Party. Ja. Sechzehn. Ich bin die Sechzehn. Bin die Zehn und Sechs. Ich zeig euch Party-Tricks. Hex, hex. Leg dich hin. Steh auf. Leg dich hin. Steh auf. Leg dich hin. Steh auf. Und weiter geht's. Vier mal vier. Vier mal vier. Vier mal vier. Ich bin ein Quadrat. Oh, bist du sicher? Natürlich doch. Bin die vier mal vier. Sechzehn. Ich hab vier Säulen, vier Reihen hier. Vier mal die Vier. So oft an mir. Ein Quadrat. Gemacht aus Quadraten. Ich kann mich auch teilen. Vier Vierer. Vier Vierer. Vier Vierer. Sechzehn. Schaut her. Eins, zwei, drei. Vier. Vier Vierer. Eins, zwei, drei. Vier. Vier Vierer. Eins, zwei, drei. Vier Vierer. Ihr wisst, was Vier mal vier ergibt? Sechzehn. Äh. Oh, alles in Ordnung. Vier. Es ist bloß ein richtig großes Quadrat. Wow. Ich bin die Sechzehn. Bin die Vier mal Vier. Bin größer als der Dinosaurier hier. Na ja. Bis später, Rexy. Ich bin die Sechzehn. Wollt ihr das auch sehen? Kann mich verdoppeln und verkleinern. Lass ich's geschehen. Ja. Ballon. Sechzehn. Ich teile mich jetzt in Hälften. Zwei, achter. Wir teilen uns jetzt in Hälften. Vier Vierer. Wir teilen uns jetzt in Hälften. Acht Zweier. Wir teilen uns jetzt in Hälften. Richtig in Einser. Hurra. Wir werden uns jetzt verdoppeln. Acht Zweier. Wir werden uns jetzt verdoppeln. Vier Vierer. Wir werden uns jetzt verdoppeln. Zwei, achter. Wir werden uns jetzt verdoppeln. Sechzehn. Ich werde... Oh, ich bin's doch, du mal schön. Dup, dubi, 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 dubi. Dup, dubi, 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 dub. Na, dann kommt schon. Quadratentanz. Quadratentanz. Disco-Tanz. Ich bin ein Quadrat. Ich bin ein Quadrat. Spay-Style. Dupi, dubi, 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 dub. Quadratenparty. 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 Na, das nenne ich jetzt mal ein Partyspiel. Äh, ist das der Quadratenclub? Ich will ehrlich zu dir sein. Ja, das ist er. Quadrat. Komm rein, komm rein. Lass uns ein Spiel spielen. Stein, Papier, Quadrate. Tiddyli-Quadrate. Wie wär's mit Nullen und Quadraten? Gute Wahl. Du fängst an. Rundes Ding. Oh, ich hab's vergessen. Nichts Rundes im Quadratenclub. Du hast gewonnen. Fair und quadratisch. Quadrat. Sorry fürs zu spät kommen. Oh, ähm. Was? Oh, Entschuldigung. Puh, jetzt sind wir alle da und können endlich beginnen. Wie lautet die erste Regel des Quadratenclubs? Keine runden Dinge. Ihr habt recht. Und wie lautet denn das Motto? Auch wenn wir verschieden sind, kannst du uns stets gut erkennen. Wir sind gleich groß und auch gleich breit. Dieselbe Größe zu jeder Seite. Vier mal vier. Drei mal drei. Zwei mal zwei. Quadratenclub. Hurra. Zeit für ein bisschen quadratische Kunst. Mein Quadrat hat vier gleich lange Seiten und auch vier gleiche Ecken. Wow, und meins auch. Meins auch. Bei mir sind es vier waagerechte und vier senkrechte. Bei mir sind es drei waagerechte und drei senkrechte. Bei mir sind es zwei waagerechte und zwei senkrechte. Wir sind alle Quadrate. Wie schön ist das? Oh, Zeit zum Essen. Quadratische Sandwiches, quadratischer Käse auf quadratischen Crackern, quadratische Äpfel, quadratischer Kuchen. Alles, was wir für eine quadratische Mahlzeit brauchen. Ah. Kuchen klingt gut. Hm, rosa oder gelb? Rosa. Nein, gelb. Nein, rosa. Nein, gelb. Rosa. Gelb. Oh, ich weiß es nicht. Oh nein, die schelmischen Zweier. Wie lautet die erste Regel des Quadratenclubs? Keine runden Dinge. Ups. Runde Dinge. Keine Panik. Keine Panik. Reiß dich doch zusammen. Oh. Oder auch nicht. Wir drei sind die drei Dreier. Das war noch nie die Freier. Oh. 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 Ich will doch nicht. Ich will die nicht. Ich auch nicht. Nimm du sie. Schlockier es doch nicht mit denen rum. Schmeiß sie weg. Wie du redest. Überlass das der ein und einzigen Eins. 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 Runter. Wui. So. Alles wieder quadratisch. Vier gleich lange Seiten. Vier ganz gleiche Ecken. Eine quer und eine nach unten. Eins ist eine quadratische Zahl. Willkommen im Quadraten-Club einzigartige Eins. Auch wenn wir verschieden sind, kannst du uns stets gut erkennen. Wir sind gleich groß und auch gleich breit. Dieselbe Größe zu jeder Zeit. Vier mal vier. Drei mal drei. Zwei mal zwei. Ein mal eins. Quadraten-Club. Hurra. Sieht aus, als wären wir wieder beim Schritt eins. Schritt eins. Schritt eins.